Buongiorno, meine kleinen Makaronis zu einem neuen Part von Yoshi's Island Super Nintendo. Wir haben etwas Großes vor, nämlich hier in unserer Let's Play Welt. Werden wir nicht mehr wiedersehen. Wir gehen jetzt in meine private Welt. Oh, ich bin hier drin. Okay, ich hätte vorher mal gucken sollen. Wir gehen erstmal in die erste Welt hinein. Mal kurz gucken, wenn man hier überall 100 Punkte hat. Score! Kommt man, also bekommt man dann die Bonuswelt und das Bonus-Winni-Spiel freigeschaltet. Wir gehen immer erst in die Extra-Welt 1 rein. Also erstmal in die Extra-Welt. Und dann machen wir das Bonus-Spiel. Oh ja. Also, ne? Welt 1, Extra 1. Mögest du uns die Nerven rauben. Jaja, ich habe teilweise nur schlechte Erinnerungen. Extra 1. Poochie ain't stupid. War das nicht der Hund? Danke! Start und select, dann kommt man raus aus dem Level. Ich wollte eigentlich noch die Wolke kaputt machen, aber egal, wenn ich nicht darf. Poochie ain't stupid. Squalling-Level. Toll! Hab vergessen, dass es hier ein Squalling-Level dabei gibt. Vielleicht ist das sogar da... Okay, Sternchen. Vielleicht ist das sogar das schlimmste Squalling-Level und nicht das eine mit diesem Scheiß-Kaff. Verpisst euch! Oder ist das... Das ist mit Poochie dem Hund, ne? Oh, nein. Oh, wie ich dieses Level gehasst habe. War ich teilweise auch zu doof war, mit dem Hund richtig umzugehen. Ja, komm! Poochie! Poochie! Der kleine Kampfdackel! Äh... Okay. Warum sah ich eigentlich wieder alles ein, wenn es das überhaupt nicht nötig ist? Oh, böse. Halt! Ah, du doofer Hund! Deswegen bin ich früher, glaube ich, oft gestorben, weil er einfach losrennt. Und dann aus dem Bild war und ich in die Lave gefallen bin oder sonst was. Bäh! Böder Hund! Blöder, böser Hund! Ich kann nicht anders. Warte mal, wir könnten sie auch einfach umrennen. Nein! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Blöde Töne! Poochie ist vielleicht toll, aber auch nicht gerade der schlauste Hund. Ich meine, er ist treu doof. Äh... Ich werde die Wolken jetzt nicht kaputt hauen. Oder doch. Man weiß ja nie, ob da irgendetwas Sinnvolles drin ist. Okay, warte mal. Geil, nur noch fünf rote Münzen. Wollen wir mal weiter, ne? Pooch! Ah, er ist noch da. Sehr gut. Alter, wie geil! War jetzt doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Poochie! Poochie, der ist doch ne Hund! Das Level ist zwar... Wo kommt der andere Yoshi her? Das Level ist zwar ein bisschen easy jetzt doch gewesen, aber als Kind ist das doch relativ knifflig, muss ich sagen. Oh, er folgt uns! Er folgt uns! Er ist so witzig! Okay. Das ging jetzt echt schnell. Yeah! Ähm... Ich bin jetzt bei viereinhalb Minuten Aufnahme. Ähm... Ja, okay. Er hatte eigentlich vor... Dann muss ich neue Thumbnails machen. Scheiße! Jetzt krieg ich ja von dir... Jetzt krieg ich ja zwei Level in eins. Das ist ja ganz toll. Verdammt! Verdammt! War eigentlich anders geplant, aber egal. Flipkarts! Item! Chance! Bla, bla, bla... Yeah! Komm! Kamek! So wie immer! Und eine Niete und dann Kamek! So wie immer! Und eine Niete und eine Niete, dann Kamek! So wie immer! Oh, geil! Eine Wassermelone! Noch eine... Äh... Eine Eismelone! Und jetzt kommt Kamek! Sternchen! Alles klar! Ich hab die Schnauze voll! Ja! Nein! 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 Ich will raus! Blödmann! Ja! Wir haben Items gekriegt, die wir eigentlich nie benutzt haben. Aber egal! Die könnten wir später gut nutzen. Weiß was nicht? Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach immer zwei Level pro... So wie immer zwei Level. Da muss ich halt neue Thumbnails machen. Egal! Da müsste alles mit Part 29 enden. Ja, mal gucken, ne? Ich mach einfach mal, so wie es mir in den Kram passt. Wir gehen mal in die Welt zwei. So, schauen wir uns aber das Fiasko hier an. Überall 100 Punkte hat mich damals sehr viel Mühe gekostet. Und wir werden einfach mal hier reinrennen. Wenn ich jetzt nicht alles einsammeln sollte... Scheiß drauf. I don't care! Und Hauptsache wir sehen das Level. Extra 2. Hit, Set, Switch. Oh nein. Ein Schalterrennen. Ja, geil. Fängt super an. Oh nein, ey. Womit hab ich das so verdient? Mann, du dummes Singen! Oh, ich kotze! Kann ich da rein? Oh! Cool. Hab ich das früher nie gemacht oder hab ich das vergessen? Hä? Ähm. Okay. Geil. Äh. Ja, Mann. Mein Hirn ist mit 25 doch schon leicht sinnig, möchte ich mal anmerken. Auf jeden Fall, da konnten wir rein. Aber jetzt hier, ne? Ich wollte nur ein bisschen rumalbern natürlich. Jetzt machen wir erstmal weiter. Ganz... So wie man es erwartet. Siehst du? Haha. Alles gekonnt. Oh, ein Bild ist es auch ein Weg. Okay, ich geh mal hier rein. Nein! Okay. Alles klar? Ich muss nicht... Scheiße, ich hatte dieses Level. Das war eins von einem beschissenen Level. Ich renne einfach durch. Obwohl... Äh. Das will ja mit den Feinden daran hindern, hier reinzugehen. Ich merke schon. Man möchte einen hier trollen. Man möchte hier getrollt werden. Das ist nicht nett. Mitkommen. Ja, alle mitkommen. Mitkommen, Städtchen. Die grinsen immer so süß. Jo. Oh, guck mal. Da ist wieder ein neues Ei. Gespavent. Spavent auch noch ein Ei. Ja, noch ein Ei spavent. Auch noch ein Ei spavent. Schade. So, noch mal. Ah, ja. Freude überkommt mich. Vielleicht möchte ich mich auch noch einfach übergeben und ich verwechsel das mit überkommen. Ich weiß es nicht. Übergeben mit überkommen. Verwechseln. Hätte vielleicht warten sollen mit dem Draufepillen. Aber man kann es sich nicht immer aussuchen im Leben. So, machen wir mal den hier. Wah! Wah! Ich habe das Gefühl, ich hätte die Münzen einsammeln sollen. Aber es ist auch egal. Nein! Ah! Leck mich! Ey. Ich hasse dieses Level! Ja! So, leck mich. Ich will hier nur durchkommen. Bevor ich Game Over gehe. Vielleicht sehen wir den Game Over Screen. Hey! Hatten wir noch nicht. Jo. So geht das. So nicht anders. So geht das. Hallo? Warum? Boah, Alter! Dieser Behinderte! Ist vielleicht doch keine gute Idee, 2 in 1 reinzupacken. Aber hey, mal gucken. Vielleicht klappt es ja. Ah! Es kotzt mich an. Ich habe früher echt 100 Punkte gemacht. Alter! Nerven aus Stahl muss ich gehabt haben, damals. Und dieses Spiel hat mir dann die letzten Nerven geraubt. So, scheiß drauf. So. Jetzt muss ich auch passen. Nein! Da habe ich... Aha, okay. Hier bin ich... Leck mich doch am Arsch, ey. Ich bin... Das ist auch unfassbar. Das ist so eine Kacke. Okay, hier habe ich aber früher auf den Fehler gemacht. Wenn ich runtergesprungen habe, bin ich krepiert. Wie gut, dass wir das nicht gekriegt haben, weil ich möchte das Bonus-Level gerne so machen, damit wir für Sie in der chronologisch richtigen Reihenfolge abarbeiten können. Ich habe ja schon 100 Punkte. Scheiß drauf. Ab in Bonus 2! Mal gucken, was ist hier? War das das russische Roulette? Ich weiß es nicht. Gelb. Jupp. Ach nee, das war das hier, ähm, ne? Hier das Aufrubbeln. Jetzt rubbeln wir uns erstmal ein. Das hatten wir noch gar nicht. Das hatten wir ja noch gar nicht. Stimmt, wir hatten in Welt 2 nicht einmal den Bonus. Hier gibt es auch Nieten, wie ich hier eindrucksvoll beweisen wollte. Äh, äh. Und wenn man Pech hat, hat man natürlich zwei Nieten, so wie jetzt. Und kriegt dann nur ein Leben. Dann hätten wir jetzt drei Baby-Mario-Körper, hätten wir fünf Leben gekriegt. Mit einem weiteren zwei. Aber, äh, hier kommen auch mit vier Leben aus. Denn wir sind ultra krass drauf, man. Da würde ich mal sagen. Das ist jetzt doof. Ich habe noch drei extra Thumbnails, wo ich dann für Welt 1, 2 ein Thumbnail habe. Für drei, vier habe ich ein Thumbnail. Und für fünf, sechs habe ich ein Thumbnail. Und dann habe ich noch ein extra Thumbnail für ein besonderes Extra, was ich, ähm, schon mal gezeigt habe. Das ist doof. So zwölf Minuten. Ja, dann würde ich mal sagen, ne. Dann sehen wir uns, ähm, ja, morgen im nächsten Part wieder. Wo wir dann in Welt 3 das Extra-Level machen. Ich freue mich drauf, du freust dich drauf. Und ich würde mal sagen, da haben wir halt kurze Folgen. Ich habe das irgendwie länger in Erinnerung. Aber es könnte auch daran liegen, dass ich sehr oft vorhin gestorben bin. Und deshalb länger für ein Level gebraucht habe. Yeah, man. Es läuft. Ja, ne. Bis morgen im nächsten Part. Ich glaube, die Parts werden aber auch mit der Zeit länger. Weil die Level werden nicht gerade angenehmer. Aber egal. Werden wir sehen. Arrivederci, meine Klammer-Kronis. Wir sehen uns morgen im nächsten Part wieder. Tschüss.